Oh nein! Da kommt die Sonne raus! Er schießt eine Feuer... Let's rock! Ja, was hat der... Ich muss den Tod leiser machen. Jetzt nuckelt der Fisch an den rum! Wieso kämpft der jetzt gegen so eine Kanone? Der kann doch einfach drüber hoppen! Also so mach ich das zumindest... Hahahaha Hehehe Jetzt... Oh oh Hahahaha Ja, da kommt noch eine raus! Funktioniert in jedem Spiel... Ach, das ist nach unten, ach so... Hahahaha Hahahaha Hä? Ja, oh ne riesenmumpel! Hahahaha Ist klar! Hahahaha Was hat er gedacht, was der Frosch jetzt bringen soll? Wenn nicht immer, äh, Dings was bringt? Der strahlt, der das Ding kleiner macht? Hahahaha Hahahaha Er steckt im Boden! Hahahaha Gleich hier zerfetzt, das ganze Gesicht, wenn Luigi reinrutscht, alter! Hahahaha Er rennt immer noch weg! Oh nein Was soll das... Ohhohohoho... Na, das hat's gebracht! Hä? Wieso rennt der jetzt lachend weg? Hahahaha Hast du dich mal getroffen? Hahahaha Oh nein! Da kommt eine Sonne raus! Er schießt ne Feuerball rein und es kommt ne Sonne raus. Hahaha, geil. Der rennt immer noch. Oh. Noch. Ja, tritten halt. Was kann er denn dafür, Mann? Das war aber ein Furz von Feinsten, Alter. Der tritt immer noch da. Oh. 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 Die war weg. Der freut er sich. Oh, scheiße. Ja, das bringt es auch, sich zu ducken. Er ist immer noch weg. Er rennt sogar durch die Credits. Was, das war es wohl schon. Oh, Mann. Das war auch einfach zu geil. Hahaha. Hahaha. Ja, das war ja. 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 Bis zum nächsten Mal.